Anna, endlich hat es geklappt. Ich hätte ja im Mai kommen sollte, konnte selber ausgesinnt, hatte ich im Grunde nicht kommen. Haben es verschoben, einmal und dann jetzt ein zweites Mal. Wir sind kurz vor der Platzzeit, wir sind erst der Juli-Woche jetzt. Das Getreide ist natürlich etwas höher. Ich hoffe mal, wir schaffen es. Wir haben schon ein paar Pöcke gesehen. Ich bin gespannt. Anna, erzähl mal ganz kurz zu deiner Person. Wer du bist, wo sind wir überhaupt und wie du zur Yacht gekommen bist. Also ich bin Anna, immer noch. Wir sind hier im schönen Mecklenburg-Vorpommern, eigentlich in Vorpommern. Schönster Landstrich schlechthin. Wunderbare, abwechslungsreiche Gegend hier so weit, so flach, so schön. Und das Besondere hier einfach ist diese Weite und diese Ruhe, diese Stille auch. Und naja, man fühlt es hier eben die Erde, weil es keine Flugzeuge ständig über ihn wegfliehen, keine ICEs hinter dir herpreschen. Und das ist halt echt hier. Und wahrscheinlich bin ich auch genau so zur Yacht gekommen, weil ich mit meinen Hunden natürlich immer viel im Wald schon unterwegs war, da absolute Entspannung gefunden habe. Und ja, durch meinen Freund, wir uns eigentlich fast im Wald kennengelernt haben und er mir irgendwann einfach gezeigt hat, wie man einen Wald liest, weil er selber Jäger ist seit 15 Jahren. Und plötzlich hat man völlig andere Dinge gesehen und dass der Wald richtig lebt. Und diese Neugier darauf, auch einfach mehr zu erfahren, dieses Wild da dran zu sehen. Ich selber halte sowieso Tiere. Ich schlachte selber, bin Selbstversorger mit Fleisch. Und da war es natürlich eine tolle Sache noch mit auf dem Speiseplan. Für die von euch, die die Geschichte nicht kennen, ich habe kurzerhand über Facebook habe ich geschrieben, suche Jungjäger, den ich zur ersten Bockjagd bekleiden kann. Und beworben hast du dich ja nicht. Beworben hat sich ja der Fabian, dein Freund, und hat gesagt, hör mal zu, ich habe die Anna, die Anna ist eine Hammerbraut, ihr müsst sie kennenlernen und hat mir, ich glaube, zweieinhalb Seiten zugeschrieben, warum du jetzt von uns begleitet werden soll. Was wir gemacht haben ist, ich habe mir zwei Finalisten ausgesucht und ihr habt entschieden eigentlich, wem wir begleiten sollten. Anna, du bist ja nicht so der typische Jäger, muss ich sagen. Jägerin. Jägerin, sorry, Jäger allgemein. Aber auf welche Vorurteile triffst du? Ähm, ich kann es nicht so genau sagen, weil spätestens nach dem ersten Satz, wenn ich mit jemandem geredet habe und ich gehe einfach gerne auf Leute zu, äh, bekomme ich keine Vorurteile mehr entgegen. Ähm, und, äh, ich glaube, man sieht auch ganz schnell, dass ich ein absoluter Naturtyp bin, weil man nicht mehr meine Tattoos sieht oder meine roten Haare, sondern meine Augen sieht und das Strahlen da drinnen, wenn ich darüber erzähle, wie es draußen ist. Äh, und von daher wird es eher positiv aufgefasst, weil, ähm, es irgendwie wahrscheinlich die ganze Palette viel größer macht, was es halt so geben kann. Und für mich sind drei Sachen im Leben wichtig. Gutes Essen, ein gutes Bett und gute Freunde. Und für ein gutes Essen mit guten Freunden, brauche ich einfach was tolles. Ja. Und ich koche total gerne und ich habe sie alle gerne bei mir. Und, tja. Dein Essen habe ich ja schon geschmeckt. Ist mir schon aufgefallen, dass du kochen kannst. Nix ist besser, das eigene Fleisch zu verarbeiten. Ja. Und es einfach, äh, viel bewusster mit ganz viel Genuss und viel Spaß einfach zu essen. Ja. Du hast jetzt den das erste Erlegen von dem Wild. Ähm, es war, ähm, schon irgendwo aufregend. Wobei es ja nicht das erste Mal Tiere töten für mich war. Dadurch, dass ich selber schlachte zu Hause, hat man da natürlich, ähm, schon einen anderen, also, ist es was reguläres, ist die Art und Weise natürlich anders, ähm, wie man es dann macht. Aber ich habe jetzt nicht so ein Problem, halt ein Tier zu töten, war jetzt nicht das erste Mal für mich. Ähm, aber, ähm, es war schon aufregend, weil, es war das erste Mal draußen freier Wild der laufende Keiler nicht in der gleichen Geschwindigkeit, sag ich mal. Ähm, ähm, und das eigentliche war da dran, äh, das Aufregende, was macht die Sau jetzt? Also, weil sie ja nicht das macht, was man selber will. Ähm, ähm, das fand ich klasse. Also, das Gefühl Jagd erleben. Ja. Anstatt zu schlachten, oder? Ja. Ja, ja. Es ist, ist schon anders natürlich. Ja. Völlig unnormal für mich, wo ich, äh, komm im Norden, da treiben sie so früh nicht, oh. Dein Verhalten, top. Völlig ruhig geblieben in der Situation, nicht mitgezogen. Hättest du denn in der Situation angefangen, dich zu bewegen, hätten die uns mitgekriegt und wir wären völlig abgesprungen. Mhm. Sind vorbeigezogen, hinten rum und wieder zurückgekommen. Hast du alles 1A super gemacht. Man spürte schon, Puls kam hoch. Klar. Wie war's? Na schön. Wenn man nicht spürt, dass man lebt, ist das Leben sinnlos. Ja, richtig. Aber ich geh mal davon aus, die sind ja hinten rein, jetzt hier hinten im Wald. Ich geh mal davon aus, wenn alles klappt, kommen sie nochmal wieder, oder? Klar. Dein Revier, du musst es wissen, ey. Glück und Erfolg ist immer auf der Seite der Narren. Ja. Ist so. Also haben wir Glück, meinst du? Ja. Den Bock, den wir jetzt hier gesehen haben, ist das ein Bock, den ihr schon mal bestätigt habt? Ja. Der, äh, den haben wir ja schon mehrfach gesehen. Ja. Ja. Wir wissen, deswegen liegen wir jetzt hier. Ja. Weil wir wissen, dass er da ist. Ja. Und, ähm, treibend haben wir auch die letzte Woche noch nicht gesehen. Wir haben aber letzte Woche schon andere Tage ja treibend gesehen. Deswegen ist es für mich jetzt nicht ungewöhnlich, das Verhalten zu beobachten. Mhm. Ja. Das ist die arme Zeit der Welt. Das ist die arme Zeit der Welt. Hey. Kann ich nur kochen, oder nicht? Es war der Hammer. Also, es ist, ähm, toll gewesen. Zu pirschen. Freut mich genauso. Ja. Lass uns hingehen. Ja. Na ja, hochblatt, ne? Also, doch wieder. Sollte ich doch so, oder nicht? Ja, wie gesagt. Die Nummer ist mit raus. Also, die Nummer hat er noch gekriegt. Top Bock. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Ein kleines Ding haben wir jetzt noch. Das wäre? Lieber Anna. Und ich? Unser guter Freund, äh, Jakob Strunge. Ja. Aus Dänemark. Der meine Trophäen auch macht, hat dir diese Nachricht geschickt. Hallo Anna, ich bin Jakob auf Trophäart in Dänemark. Glückwunsch mit deinem ersten Rehbuch. Und wir wollen für dich eine Schultermontage machen. Eine Schultermontage von deinem ersten Rehbuch. Ja, da fehlen mir ein bisschen die Worte. Ja, krass. Also, es gibt sowas wie einen perfekten Tag, oder? Ist er, ne? Das sieht gut aus. Das ist der, den wir gesehen haben. Ja, der die Recke getrieben hat. Und jetzt ist es doch gut, dass wir erst jetzt im Sommer kommen, damit er die rote Decke hat. Ja, absolut. Sauber geschossen auch. Lunge. Ja. Das siehst du auch im Schweiß hier. Ja, ja. Ich bin total glücklich.